23. März 2017 Er ist da, er ist hier. Sie sind gespalten, zersplittert. Deshalb sind sie unheilbar. Mein Zorn auf die Welt ist keine vorübergehende Geistesstörung. Ich glaube, bei den meisten Menschen ist der Geist gespalten. Ich sterbe. Aber ich werde mich von ihm befreien. Ich werde die Ketten, die uns binden, sprengen. Er will mir meine Zukunft wegnehmen. Aber die Zukunft gehört mir. Wo bist du? Ich meine, alles zum Leben geht von den Entscheidungen ab, die wir treffen. Du wirst die Zukunft nicht verändern! Ich werde sterben, ich werde sterben. Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit, sich an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können. Ich bin James Wilson. Und ich werde mich befreien. Ichmadı, ich werde dasère Lucas auf den realidaden. Und ich werde sterben.